Am kühlenden Morgen, wenn alles noch ruht, erscheint es am Himmel wie goldige Flut. Da öffnet all Vater den himmlischen Saal und schaut dann hernieder auf Berg und ins Tal. Sagt, wegt er die Menschen und mahnt sie zur Tat und gibt ihnen Stärke und heilsamen Blatt. Dann wird auch erleuchten die Sonne hervor und mellig schließt wieder das himmlische Ton. Untertitelung des ZDF, 2020